Wenn viele Menschen mit der Brille unserer heutigen Kultur die Bibel, insbesondere das Alte Testament, lesen, so können sie oftmals staunen. Denn in Genesis 5 lesen wir über teils wirkliche unrealistische Altersangaben. Da werden Menschen über 200 Jahre alt, manche sind sogar 900 Jahre und wie kann es sein, dass Methusalem so alt geworden ist. Biblisches Alter ist ja gerade zu einer Redewendung geworden, wenn man mit einem gewissen Alter nicht rechnet. Und viele fragen sich dann, naja was hat es mit den Altersangaben, mit diesen unrealistischen Altersangaben in der Bibel auf sich. Und jetzt gibt es manche die sagen, naja das liegt halt einfach nur daran, dass es sich bei der Bibel um eine Zusammenstellung unwahrscheinlicher und nicht eingetretener Märchengeschichten handelt. Die anderen sagen, naja das ist halt einfach irgendwie symbolisch gemeint, ohne aber genauer definieren zu können, was sie damit meinen. Und wieder andere, die kommen zu dem Schluss, naja, dass der Schlüssel ja irgendwo in der Schöpfungsgeschichte selbst liegen muss. Viele Kreationistinnen und Kreationisten zum Beispiel gehen dann von Theorien aus wie, naja, Adam hat ja vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen. Vielleicht hat ihm diese Frucht ja auch eine Kraft verliehen, die sich dann auf andere Generationen und andere Menschen, die in seiner Nachfolge waren, übertragen hat. Doch wie können wir an dieses schwierige Kapitel der Bibel herangehen? Was können wir dazu sagen? Und ist die Bibel vor diesem Hintergrund zu verteidigen? Oder müssen wir Schlussfolgern, dass das einfach nur ein heilloser Widerspruch zur Wissenschaft und zur Altersforschung ist? Nun, in Psalm 90, 10 und in den Texten der antiken mesopotamischen Stadt Emar wird eine Alterserwartung des damaligen Zeitalters von 75 geschildert. Aber im antiken Nahen Osten gab es eben tatsächlich eine gewisse Art und Weise, wie man mit symbolischen Altersangaben umging. Sargon II. zum Beispiel sagte bei seiner Errichtung seines Tempels oder schrieb bei seiner Errichtung seines Tempels, dass er den Umfang der Stadtmauern mit 16.283 Ellen errichtet habe und dass das die Zahl seines Namens sei. Und tatsächlich finden wir auch Zahlen wie 60, 600 und 3600 immer wieder. In der babylonischen Mathematik und Astronomie sind diese nämlich als symbolträchtige und wichtige Zahlen anerkannt und gelistet. In der mesopotamischen Stadt Emar galt das Alter 120 als Fluch der Menschheit, als festgesetzte Altersgrenze und als Symbol dafür, dass Menschen ein gewisses Alter einfach nicht überschreiten können. Dies deckt sich erstaunlich gut mit Genesis 6.3, denn in Genesis 6.3 wird von diesem Fluch ebenfalls gesprochen. Und in Emar war dies zum Beispiel, also in dieser mesopotamischen Stadt, war dies zum Beispiel, dieses Alter 120, eine ideale Altersangabe. Die Mesopotamier schrieben nämlich jedem Zeichen numerischen Wert zu und verbanden dies dann auch mit ihrem eigenen Namen. Wenn wir heute zum Beispiel solche numerischen Symboliken bedienen, dann fällt uns das kaum mehr auf, denn es ist für uns in unserer Kultur selbstverständlich geworden. Wenn ich zum Beispiel sage, gib mir 5 Minuten, dann erwartet keiner, weder ich noch mein Gegenüber, dass dies hört und um das ich diese 5 Minuten bitte, da erwartet keiner, dass ich jetzt genau 300 Sekunden zur Verfügung, zur freien Verfügung gestellt bekomme. Sondern diese 5 Minuten sind eine symbolische Repräsentation einer kurzen Zeitspanne, um die ich bitte, bis ich etwas Gewisses, das verlangt wird oder das gewünscht wird, an diese Person herantragen kann. Bei Matthäus zum Beispiel wird eine 300 Jahre Lücke in der Generation von Adam bis Jesus gelassen, also von David bis Jesus, weil David ja bekanntlich, weil Jesus als Spross Davids, der Messias als Spross Davids dargestellt wurde. Und diese 300 Jahre Lücke wird deshalb gelassen, um eine dreischichtige Generationengeschichte zu generieren, aus jeweils 14 Generationen, um dann symbolisch auf das Kommen des Messias hinzuweisen. In der Offenbarung gibt es ganz viele starke und symbolisträchtige numerische Ereignisse, wie zum Beispiel 666 als Zahl des Teufels, 144.000 als Heilige Israels und die 7 als Perfektion Gottes. Das symbolisiert die Perfektion und die Vollkommenheit Gottes. Und die 7 ist auch in der Genesis als Vollkommenheit der Herrschaft Gottes und als grundsätzliche Vollkommenheit und Perfektion tatsächlich eingetragen. Bei vielen patriarchischen Altersangaben, wie zum Beispiel bei Abrahams 175 Jahren, bei Saras 127 Jahren, bei Isaks 180 Jahren oder bei Jakobs 147 Jahren, handelt es sich tatsächlich ebenfalls um ideelle Zahlen. Bei Josef und Joshua zum Beispiel haben wir die Zahl 110 als Altersangabe und in diesem Alter sollen sie nach biblischem Bericht auch verstorben sein. Beide haben eine Affinität zu Ägypten und die 110 galt als ideales Alter in ägyptischen Inschriften, zum Beispiel in der Steele Amenhoteps III. Saras Alter 127 kombiniert zwei bedeutsame Zahlen in der damaligen Kultur, nämlich die Zahl 120 und die 7. Korrelationen finden sich zum Beispiel dazu in Esther 1.1, Erste Könige 2029-30 und Herodotus Geschichten 8.1, wo eben auch diese symbolträchtige Zahl zum Vorschein kommt, um bedeutende Inhalte auszudrücken. Wenn wir jetzt sehen, dass Abraham, Isaac, Jakob und Jakob als Israel, also nach seiner Namensänderung, immer wieder eine symbolische Zahl ergeben. 175 ist gleich, die Multiplikatoren 7 mal 5 mal 5, 7 plus 5 plus 5 ist 17. Bei Isaacs 180, 5 mal 6 mal 6, 5 plus 6 plus 6 ist 17. 147, 3 mal 7 mal 7 mal 7, 3 plus 7 plus 7 ist 17. Dann 64, Israel, 1 mal 8 mal 8, 1 plus 8 plus 8 ist ebenfalls 17. Und bei Abraham zum Beispiel, der war 75 Jahre mit Thera zusammen, 75 Jahre mit Isaac. Er verbrachte 100 Jahre mit Isaac und 100 Jahre in Kanan. Jakob lebte 17 Jahre mit Josef und 17 Jahre mit ihm in Ägypten. Das bedeutet, wir haben es hier eben mit einem mathematischen System zu tun. Wir haben es hier mit babylonischer, sumerischer Mathematik zu tun und mit gewissen Symbolen, die hier ausgespielt werden, wenn diese Zahlenangaben in der Bibel betrachtet werden. In Genesis 25, 8 heißt es zum Beispiel, und das ist auch einer der Gründe, warum diese Altersangaben niemals literarisch oder warum sie symbolisch gemeint sind und niemals wörtlich zu nehmen sind. In Genesis 25, 8, da heißt es von Abraham, er sei in gutem Alter verstorben. In Genesis 25, 7 allerdings heißt es, er sei mit 175 Jahren gestorben. Masoretische Vergleichsdaten zeigen, dass er mit 175 Jahren vergleichsweise jung im Gegensatz zu seinen Vorfahren gestorben ist. Das bedeutet, dass dies kein gutes oder kein ideales Alter gewesen wäre. Genesis 17, 17 berichtet eine ganz besondere Begebenheit, ein ganz besonderes Ereignis. Denn Abraham lacht hier über die Vorstellung, sein Kind würde älter als 100 Jahre alt. Doch wenn Abraham an dieser Stelle, Genesis 17, 17, es so absurd findet, dass sein eigenes Kind 100 Jahre alt wird, er aber selbst diese 100 Jahre überdauerte und seine Vorfahren dies ebenfalls weitaus überdauerten und dies auch schafften, dann stellt sich durchaus die berechtigte Frage, warum er dann dies so absurd fand, wenn es in Wirklichkeit eine vollkommene Normalität bei den Patriachen war. Tatsächlich ist in der Symbolik diese Art der Zahlenangabe eine symbolische Darstellung von Gottes Plan, der sich eben in der Menschheitsgeschichte entfaltet, in der Heilsgeschichte entfaltet und im Alter zeigt. Zum Beispiel, wenn man alles zusammenzählt zwischen Adam und Mose, dann kommen wir auf die Zahl 12.600. In Offenbarung 11.3 und 12.6 wird dies als Symbol für Gottes Plan verwendet. Und Adam, der im ersten Eden war, im Garten Eden und Mose, der im nächsten Garten Eden, im versprochenen Land, die Menschen ins versprochene Land nach Israel, ins neue Eden führt, das zeigt eben diese Spanne des 12.600, was wiederum zu einer abgeschlossenen Handlung Gottes in seinem Heilsplan mit den Menschen symbolisiert. Das bedeutet, diese 12.600 symbolisiert, dass Adam und Mose eben beides einschneidende Figuren waren. Adam war der erste Priester und Mose war der Prophet, der das Volk Israel aus der Knechtschaft befreite und nach Ägypten führte. Und dann wird es eben ganz besonders, denn Adam selbst war aus dem ersten Eden, aus dem Garten Eden, flog aber dann hinaus. Aber Gott führt die Menschen in ihr neues Eden, in das versprochene Land Israel, durch Mose. In Deuteronomium 34.7 heißt es, Mose sei 120 Jahre alt geworden. Ja, der 12, die Zahl 12, die steht natürlich für einen Abschluss oder ein in sich geschlossenes System. Die 10 aber für körperlichen Verfall, da jede Hand 10 Finger hat. Der Text erklärt selbst, dass er mit 120 Jahren seine körperliche Perfektion verlor und körperlich verfiel. Ja, und naja, dann muss ganz klar gesagt werden, bis zu diesem Alter 120 war Mose vom perfekten Körperbau, aber dann verfiel er. Das bedeutet, auch hier haben wir es mit dieser Symbolhandlung zu tun. Jetzt könnte man aber sich die Frage stellen, naja, alles schön und gut, aber wenn die Bibel hier nicht auf chronologische Reihenfolge Wert legt, sondern hier einfach nur symbolische Angaben macht, kann man dann nicht die ganzen Geschichten an und für sich als symbolische Erfindungen betrachten, um irgendeine theologische Botschaft zu machen. Nun, das Problem dabei ist, dass die biblischen Texte über Abraham, Mose und so weiter und so fort konkret in einer historischen Zeit verankert sind und dass, wenn wir uns die Bibel an und für sich ansehen und die israelische Theologie an und für sich ansehen, dass es dann keinen Sinn macht, warum man zum Beispiel Mose, ausgerechnet dem Befreier Israels, eine ägyptische Wurzeln andichten soll oder eine Verheiratung mit einer midianitischen Frau oder warum man ihm diesen Nehushtan zuschreiben sollte, also diesen Schlangenstab, wenn die Schlange später als absolute Ausgeburt des Bösen und des Satans galt. Und außerdem weist R. R. Wilson zum Beispiel in seinem Werk Genealogy and History in the Biblical World in Seite 133 darauf hin, dass andere Genealogien aus dieser Zeit, die in historischen Quellen gefunden werden, also von Quellen, die tatsächlich über Geschichte berichten, die auch archäologisch und durch andere Quellen bestätigt werden konnten, identisch sind. Das bedeutet, nicht ist es so, dass hier quasi alles symbolisch ausgestaltet wird, um irgendeinen Punkt zu machen und dass alles damit automatisch fiktiv ist, sondern dass diese Zahlen in historische Fakten aktiv mit eingebaut werden, um aus dieser Geschichte herauszuzeigen, wie Gott oder wie eine gewisse Botschaft sich bewahrheitet. Aber wir sehen ja auch, und das ist ein weiterer Einwand, zufällige Zahlen, also viele Zahlen, die ja überhaupt nicht irgendwie rund sind, wie zum Beispiel 182. Das hat ja jetzt nichts damit mit irgendwelchen anderen Zahlen zu tun oder manchmal heißt es, jemand sei 187 Jahre alt geworden. Das sind ja keine Zahlen, die später irgendeine symbolrechtliche Bedeutung haben. Und für viele junge Erdekreationisten ist dies ein Hinweis darauf, dass diese Altersangaben tatsächlich authentisch sind. Doch das ist ein Fehlschluss, denn wir selbst begehen diesen Fehlschluss, denn wir rechnen ja im Dezimalsystem. Doch die antiken Sumerer rechneten eben nicht im Dezimalsystem, sondern zählten mit dem Sechsagesimalsystem. Das heißt, sie zählten die Zwölffinger-Segmente und multiplizierten sie dann mit den fünf Fingern. Das bedeutet, dass wir es hier mit einer vollkommen unterschiedlichen Zählweise zu tun haben. Jedes Alter der Patriachen endet auf 0, 2, 5, 7 oder 9. Und das sogar, wenn man die 7 subtrahiert. Nun, das ist eine Wahrscheinlichkeit von 0,0000006%, dass dies rein zufällig auftritt. Bei Königen von Judah und Israel, wo die Amtszeiten angegeben werden, da sind nur fünf davon durch fünf teilbar. Das bedeutet, während dies hier quasi sich konzentriert auf tatsächliche Angaben, wie Könige regierten, haben wir es eben bei den Patriachen nicht mit rein zufälligen Zahlen zu tun. Das bedeutet, wir haben es hier mit Botschaften zu tun. Der 777 Jahre lebende Lamech ist zum Beispiel auch der Sohn Methuselachs, dessen Gematrie komischerweise 777 ist. Damit wird der moralische Charakter aus Genesis 5, 29 symbolisiert. Genesis 1 bis 11 nutzt also das Sechsagesimalsystem, während Genesis 12 bis Buch Samuel idealistische Zahlen verwendet und dann Könige und Chronik echte in Anführungszeichen zahlen. Genesis 5 und 11 lassen sich auch mit sumerischen Königslisten vergleichen. In Genesis 7 ist Noah 600 Jahre alt, vor der Flut. Die sumerische Figur Ziyosudra ist 36.000 Jahre alt, also 600 mal 60. Und der 7. nach Adam ist Ennoch, dessen Bericht eine Parallele zur sumerischen Geschichte von Enmeddurana ist, also dem 7. der Königs der sumerischen Königsliste. Der ist 365 Jahre alt bei der Aufnahme zu Gott, also bei seinem Tod und seiner Himmelfahrt, also im Turnus eines Jahres, da ein Jahr 365 Tage hat. Nun könnte man sich fragen, kopiert dann die Genesis nicht von diesen sumerischen Texten einfach, oder kopieren sie nicht einfach voneinander. Nun, das ist unwahrscheinlich, denn es ist viel wahrscheinlicher anzunehmen, dass sie einfach aus kulturell ähnlichen Traditionen heraus gespeist sind. Nun, die Genealogien im antiken Nahen Osten verbanden diese Zahlen und diese numerischen Botschaften mit der Nachfolge von Amtsinhabern, meistens Könige oder Priestern. Genesis 4, 5, 10 und 11 tun dies aber gerade nicht, denn Genesis 4 und 5 endet zum Beispiel mit dem Fluch über Gottes Volk, weil es durch Sünden abtrünnig geworden ist. Die Königslisten hingegen legitimieren am Ende immer den royalen Status einer zentralen Figur. Die Königslisten enthalten auch keine Altersangabe zum Entstehen eines neuen Königs, während Genesis 5 und 11 auf Blutlinien konzentriert ist. Es gibt eine genealogische Bewegung vom frühesten zum spätesten Vorfahren in Genesis. Genesis berichtet auch von der Vergangenheit als Scheitern. Und diese Vergangenheit, auf die wird nicht zurückgeblickt, um sie dann zu glorifizieren, sondern um gerade herauszustellen, wie das Volk Gottes immer wieder abgeirrt ist von Gott und somit durch dieses Abirren in Sünde verfiel und dann Gott einen neuen Bund mit den Menschen machen muss. Und auf die Vergangenheit wird insofern zurückgeblickt, als dann gefordert wird, dass man auf die Vergangenheit blickt, um eine Lektion zu lernen. Um eine Lektion zu lernen und sich zu bessern und standhafter zu werden im neuen Bund Gottes. Nicht aber wie in den Königslisten, die zurückschauen, um eine mögliche Rechtfertigung für royale Figuren zu suchen und dort diese ganze Vergangenheit glorifizieren. Das bedeutet, es geht hier um kulturelle Ähnlichkeiten dieser Traditionen, aber nicht um eine vollkommene Kopie oder Aneignung. Zehn Generationen in Genesis 5 und 11 werden immer wieder geschildert. Dabei kommt es aber zu einer Auslassung, wie bei Matthäus, der drei Sets aus 14 Generationen darstellt, in denen er gewisse Teile der Generationen auslässt, um ein kohärentes Bild, um eine kohärente symbolische Botschaft auf den Messias hinaus zu geben. Das sehen wir übrigens auch bei Demetrius und Eupolemus oder auch in Ruth 4, wo die Zeit der Richter ausgelassen wird, um einen anderen Fokus zu setzen, um die Generation zurück zum ersten Priester Adam zurückzuverfolgen und dabei ein gewisses numerisches Zeichen zu setzen, um eben diese Genealogien zurückzuverfolgen. Das bedeutet, wir sehen, dass die Altersangaben in der Bibel weder ein theologisches noch historisches Problem sind, sondern dass dies einfach nur eine kulturelle Sache ist, die man leicht erklären kann. Und daraus ergibt sich auch nicht, dass der Genesisbericht irgendwie fiktiv wäre, sondern das war, wie man damals historische Quellen schrieb. Man nahm gewisse Ereignisse, gewisse historische Referenzpunkte und nutzte sie dann, um sie numerologisch so zusammenzuflicken, dass sie eine gewisse Botschaft vermitteln. Dafür wird aber nicht Geschichte verfälscht, sondern Geschichte wird im Gegensatz dazu verwendet, um eine gewisse Botschaft auszudrücken, die sich aus dieser Geschichte ergibt. In diesem Sinne sind die Altersangaben in der Bibel kein Indiz dafür, dass die Bibel einfach nur ein wirres Märchenbuch ist, sondern es handelt sich hier um ein viel komplexeres System. Ein komplexes System zur aktiven Weitergabe sinnvoller theologischer Botschaften.